Ich bin Patrick Fetz und arbeite als Berufsoffizier in der Schweizer Armee. Meine Arbeit ist vielfältig, herausfordernd und braucht gute Menschenkenntnisse. Wo es zu geht, etwas zu erstellen, die Bereitschaft zu werden. Jawohl. Ja, welches meinst du Ciro? Ja. Ja. Wer ist schlussendlich die Verantwortung für die Führung? Entweder gestaffelt oder miteinander. Sehr gut so. Ja. 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 Ja.